Die Pflege bleibt ein Dauerpatient. Seit September gibt es für Pflegekräfte Tariflöhne und das ist gut. Doch die Mehrkosten für vieles, was teurer wird, zahlen nicht die Pflegekassen, sondern die Heimbewohner. Mit über 2000 Euro Eigenanteil jeden Monat schwindet das Ersparte. So werden Heimbewohner in kürzester Zeit zum Sozialfall. Arm im Heim, wer kann die Pflege noch bezahlen? Fragen wir bei Fakt ist am Montag, 22.15 Uhr und schon 20.30 Uhr im Livestream.